Warum tut dir das denn jemand an? Sieht so aus, als hätte die Zeugin auch Abwehrverletzungen an den Armen. Und die Verteilung der Blutspuren ist interessant. Die Verletzungen an ihren Armen, woher kommen die? Frau Weber? Dürfen wir reinkommen? Ich hab gespürt, dass was passiert ist. Ja, das haben Sie schon gesagt, ich weiß. Es ist nur manchmal passieren da Dinge. Ja, genau deshalb bin ich hier. Es ist etwas passiert. Meine Damen und Herren, Ben Brenner schießt sofort und gezielt. Ich rede von einem Park voller krimineller Ausländer. Wir wissen ja nicht, ob meine Tochter noch lebt, ob sie irgendwo da draußen ist. Vielleicht wurde sie gar nicht entführt. Gewöhnt man sich da eigentlich irgendwann dran? Woran? Man ihn tut nie. Man lernt damit umzugehen. Was soll denn da dein Bruder sagen? Er war ein halbes Jahr in U-Haft, weil er dir den Arsch gerettet hat. Mein Bruder ist genauso Polizist wie ich. Aber bei Ben ist das natürlich alles was anderes, weil Ben ist ja Ben. Hör auf! Das ist nicht bescheuert, wenn du dich gut dabei fühlst. Keine Ahnung, es war ja nicht immer mein Plan zur Polizei zu gehen. In letzter Zeit frag ich mich einfach manchmal, ob es nicht ein Fehler war, ob ich hier wirklich richtig bin. Verdammt. Er ist heute Morgen gegen sieben mit einer Waffe in einen Bus gestiegen. Woher hat er denn eine Waffe? Ich weiß es nicht. Genauso wenig wie er weiß, was er damit gemacht hat. Er hat nur gesagt, dass jemand seine Frau töten will. Im Namen meines Vaters segne ich diesen Raum und alle, die darin waren und sein werden. Und dein Vater? Ein Vater liebt nicht mehr. Er wäre bestimmt stolz auf dich. Ich weiß es nicht. Der Roboter ist einsatzbereit. Aber sobald die Situation irgendwie außer Kontrolle gerät, seid ihr da raus, verstanden? Hanno, bleib bei mir. Bleib bei mir. Komm, komm. Er macht seinen Job, wir machen unseren. Aufsteigen! Die Hände da, wo ich sie sehen kann! Können mich doch alle mal im Arsch schlecken. Jan? Jan? Ich bin Jesus! Sie hat getan, als würde sie mich nicht kennen. Ich weiß, was ich gesehen habe! Wo ist meine Frau? Waffe weg! Die Waffe weg! Sie hat Mama angegriffen. Was hast du mit meiner Frau gesagt? Ich hab nichts mit dir gemacht. Ich hab keine Frau! Ich hab nichts mit dir gemacht! Lisa! Ich hab keine Frau! Ich hab keine Frau! Oh shit! Weißt du, es ist schon okay, die Dinge, die wir täglich erleben, mit nach Hause zu nehmen. Aber irgendwann muss man sie dann auch loslassen können.